Hey, ich grüße euch. Ich wollte ein Video machen, heute mal zu Inspektor Gadget, eine Figur. Und zwar Top Deal des Tages. Ich habe die gesehen bei Sniff Toys für 12,99 Euro statt 39,99 Euro. Also richtig günstig kann man sagen. Es ist eine Statue, aber von der Größe her, ich habe ein Video reingepackt, zur Beschreibung kann man es sehen, wie eine ausgepackt hat, also die Statue ausgepackt hat von Inspektor Gadget. Die gefällt mir ausgesprochen gut. Es ist 12,99 Euro, der Preis ist fast geschenkt. Es ist sehr gut umgesetzt. Ich habe passend dazu die DVD-Box, habe ich hier. Ich werde hier nicht bestellen. Das Doofe daran finde ich wieder ein bisschen so 12,99 Euro, wenn ich die bestellen würde, wenn wir da 4 Euro da drauf packen, sind wir wieder bei 13, 17 Euro, wie Versandkosten wieder, 20 Euro Versandkosten frei. Da könnte ich ja wieder theoretisch zwei Figuren, zwei Statuen bestellen, wie es einige machen wieder. Aber wie gesagt, man muss nicht alles haben. Ich habe ja Master of the Universe und ich bin glücklich, deswegen muss man nicht alles haben, wie gesagt. Also nur, ich wollte Ihnen den Tipp geben, 12,99 Euro, die Statue ist sehr schön gemacht. Finde ich gut umgesetzt und der Preis ist, wie gesagt, echt Hammer, finde ich. Was noch zu sagen wird noch dazu? Also bestimmt kommen vielleicht noch weitere Figuren oder Statuen dazu raus. Also das ist echt günstig, finde ich. Und wenn ihr jetzt die Figuren bestellen wollt und genauso wie ich seht, irgendwie kein Bock dafür, 4 Euro Porte zu zahlen, wieder sind da, wie gesagt, 17 Euro. Die haben zur Zeit auch bei Sniff Toys einen Luke Skywalker von der Azuka-Serie im Angebot für 4,99 Euro und eine Azuka auch für 4,99 Euro von Star Wars Hasbro. Zwei Figuren, das sind jetzt an 10 Euro. Werdet ihr dann, wenn ihr bestellen solltet, werdet ihr dann bei 23 Euro weniger 3 Cent, also 22,97 Euro und Versandkosten frei Götter bestellen. Oder halt, ihr könnt auch, wenn ihr Bock drauf habt, wie einiges machen, ja auch zwei Figuren da, zwei Statuen bestellen von Inspektor. Habt ihr eine zum Auspacken, eine zum, eine Mock lassen, wie ihr wollt, wie gesagt. Ich finde die sehr schön gemacht, kann man nur loben, Preis ist top, kann man sagen. Und das ist meine Empfehlung des Tages, sag ich mal, Top-Tree des Tages. Dann sage ich mir allen noch einen schönen Abend und bis bald. Ciao!